Wer ist denn Ihre Zielgruppe oder wo kann ich das finden, diese individuellen Teile? Na ja, stellen Sie sich vor, Sie brauchen ein pfiffiges Weihnachtsgeschenk, was irgendwo was Individualisiertes ist, schön auf die Person zugeschnitten, dann gehen Sie auf meine Webseite, dort sind alle Kontaktdaten zu mir, Sie können mich anrufen, eine E-Mail schreiben und dann können Sie mir vorschlagen, was Sie denn gerne für einen Entwurf hätten, was Sie sich gut vorstellen können und dann zeichne ich den, schicke Ihnen ein paar Vorschläge, auch bringe Materialien mal mit, wenn Sie in der Nähe sind, zeigt Ihnen und dann kann man sich überlegen, ob man daraus dann eine Wanddekoration oder einen Tisch oder sonstiges anfertigen kann. Tolle Idee, ich wünsche Ihnen alles Gute für die Zukunft. Ihnen auch, ja. Tschüss. Schönen Tag noch.